So, Friends, ich filme euch jetzt schnell ein Tutorial mit diesem Tuch ab. Ich glaube, der Anfang ist seltserklärend, aber ich sage es trotzdem. Das Tuch ist ja viereckig und wir müssen ein Dreieck erstmal daraus machen. Jetzt nehme ich das Tuch und lege das erstmal so über den Kopf. So sieht das jetzt von hinten aus. Wichtig ist, dieses Dreieck muss unten sein. Und dann knotet ihr das einfach hier zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es enger sitzt, sieht es bei mir persönlich besser aus. Das muss jeder aber für sich selber entscheiden. Ihr könnt das zum Beispiel auch so machen, dass vorne ein paar Strähnen raus sind, aber ich sehe irgendwie aus wie so eine Putzfrau damit. Yeah, and that's it.